So ihr Zartnasen, der Braun grüßt euch und ja, in diesem Video verpassen wir meinem iPad 2018 endlich eine Schutzfolie. Lang habe ich mich gedrückt und dann im Endeffekt doch für Spiegen entschieden. Ich kriege übrigens keinen Cent von Spiegen für dieses Video, eigentlich schade, aber lasst uns erstmal sehen, ob die Folie was drauf hat. Kommt in dieser wunderschönen Buchhüllen-ähnlichen Verpackung auf der Rückseite um Gartensspiegen mit etlichen Features. Zum Beispiel die komplette Transparenz wird gewährleistet, neunfach echtes, gehärtetes Glas, ölabweisende Beschichtung und das Ganze soll natürlich äußerst touchsensitiv sein. So, bevor ihr loslegt, wascht euch endlich mal die Flossen, sucht euch danach einen möglichst staubfreien Raum, achtet auf gute Lichtverhältnisse, also Softboxen an oder zumindest die Handy-Taschenlampe und dann kann es auch schon losgehen. So, wenn euer iPad auch so schmierig, staubig daherkommt wie meins, dann nehmt einfach das mitgelieferte nasse Tuch, bearbeitet das iPad schön damit, macht es danach mit dem Mikrofasertuch trocken und dann sollten in der Regel, ich würde fast drauf wetten, wie bei mir, diverse kleine Staubpartikel trotzdem noch übrig bleiben. Nehmt dafür die mitgelieferten Dust-Sticker, achtet schön drauf, dass ihr wirklich alle entfernt, dafür die guten Lichtverhältnisse, denn wenn die Staubpartikel einmal drauf bleiben, dann kriegt ihr die definitiv hinterher nicht mehr weg, wenn die Folie drauf war. Habt ihr das iPad dann, wie ich, Babypopo weich gepudert, ist es dann wirklich komplett frei von Partikeln, dann könnt ihr die Folie zücken, entfernt die Schutzfolie von der Schutzfolie, trinkt ein bisschen Zielwasser, lasst die Folie leicht abrollen, noch nicht gleich so fest drauf drücken, weil dann könnt ihr sie nämlich nicht mehr entfernen und dann schaut, ob es passt. In meinem Fall hat es nicht gepasst, ich habe mal wieder definitiv schräg geguckt, der Homebutton war alles andere als sauber erst, da ich die Folie aber nicht ganz fest angedrückt habe, hatte ich die Möglichkeit, die Folie nochmal zu erheben und dann hat es definitiv richtig geil smooth gepasst. Ich denke, wie in meinem Fall, werdet ihr auch mit Luftblasen zu kämpfen haben, ich habe das einfach mit den Fingern gemacht, mit den Daumen, das hat bestimmt 15 bis 20 Minuten insgesamt gedauert, ich habe die Blasen erst zerteilt, kleinere Blasen gemacht und sie dann an den äußersten Rand des Displays getrieben. Wie gesagt, das war ein zäher Kampf, ich habe ihn am Ende gewonnen, ihr könnt euch aber auch Hilfsmittel eurer Wahl nehmen, Checkkarten oder ähnliches würde ich vermeiden, das kann die Folie unter Umständen verkratzen. Und there you have it, würde der Ami sagen, die perfekte Folie, beziehungsweise es sind ja sogar zwei Folien für etwas mehr als 10 Euro. Ich sage euch noch kurz, warum ich die Folie perfekt finde. Erstmal, sie ist zu 100% bedingungslos passgenau, sie fühlt sich super zart an, ich will jetzt nicht schon wieder sagen Baby Popo, aber es ist so. Dann ist sie auch noch hüllenkompatibel, das habe ich für euch auch noch getestet. Die Hülle drückt die Folie nicht nach oben oder sowas und wenn ihr einen Apple Pencil besitzt wie ich, dann könnt ihr den auch noch absolut gewissenfrei benutzen. Der funktioniert nämlich auch vernünftig. Außerdem macht es das Display des iPads auch noch besser. Die Farben sind so etwas von knackig ausgeleuchtet, es ist einfach nur ein einziger Glanz auf dieses Display danach zu glotzen. So, den Kauflink dazu gibt es übrigens wie immer unten in der Videobeschreibung. Wenn ich mit diesem Video euer Leben ein Stück besser gemacht habe, dann gebt ein Like, wenn nicht, gebt halt ein Dislike. Habt aber Eier unter der Eichel und erklärt in den Kommentaren warum. So, ich bin jetzt aber raus, euer Braun.